es und die sich dreht warum gibt es eigentlich immer einen großen schalter zu suchen willkommen leute um ich habe meine kanzler dort bei mir und wir werden schon aus menschen denn wir haben den dlc endlich schon ziemlich lang auf unserer festplatte rumgammeln und habe er stellt dass wir noch nie ist ein schön gespielt haben m ok das ist quasi bleibt ich habe keine ahnung ich habe das schon immer ich kann nicht mehr gespielt was du für machen soll es die zombies reinlassen sie nicht mehr ausschließlich auch drinnen sind was die überhaupt ich muss gar nicht mehr drüber gelaufen ich hab's ja nur eine du willst vernichtet kannst du den zerten stock darauf soviel ich weiß oh ach ja da hinten oh oh shit ach ja dieses wing dreht sich oh man bist richtig gerippt gerade oh da die springen runter oh instant kill das bedeutet pures messern die messer bekommt man die meisten punkte und je mehr punkte desto besser mehr punkte ich muss noch einmal zu überleben ja tu das judas ich gehe mal drauf wie hier alles schwarz weiß ist kein zombie neige nicht vor mir ja fein neige nicht vor mir ok da ist ne tür da sind zombies da bist du zu haben bist ach tote zombies im moment gibt's lebendige naja sie sind doch lebendig in einem gewissen sinne ja du kannst nicht lebendig ja du kannst nicht tot sterben du kannst aber auch nicht tot am leben sein sie sind ja offensichtlich am leben ja wieso das ist doch ein widerspruch in sich selbst du kannst nicht äh tot sterben aber natürlich kannst du tot lebendig sein kannst du tot aufwachen nur wenn du lebendig anschliffst das macht doch auch noch weniger Sinn oh that fuck natürlich nicht ich wurde von hinten überwältigt wie so ein noob also das block ich ihn in den weg oh lol geht's dir gut ja ja ich leb ooooh ich lebe und ist ooooh ach scheiß auf dich warte 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 willst du lieber die olympia oder die m14 sagen beide ach so hey da geht's zum zum strom die wandelnde toten haben es nicht so mit disziplin Ist der Rücken hinter mir frei? Oder schießst du nur um mich? Zwei, komm! Zwei, komm! Oh! Ah! So, Messer, zurück! Oh! Schon wieder fast vor dem Dicht gestorben! Ah! Hebe ich so! Keine Munition! Ja, das ist ein japanisches Sprichwort! Hä? Das ist ein japanisches Sprichwort! Ge... Gebt mir mehr Kugeln! Ja, das hat jetzt der Typ da gesagt! Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Überall! Äh, das ist nicht gut gehen! Nee, sieht's gut aus! Woh! Woh! Von hinten! Du seelenloses Schatten! Au! Ah! Ah! Mann, du Risse! Stiff! Ja, was ist das? Episch! Wieso habe ich das? So, mal was von einer Seenstelle! Nein! Nein, machen! Oh! Oh! Schnell! Folge mir! Ja! Hihi! Okay, gewollt zum Strom! Ähm, wo lang? Da lang! Ich habe keine Munition! Es wird schon noch, Chew! Wow! Du siehst ja voll episch, du in die Tür! Was ist das? Hm! Kein Jeans! Jetzt wird gestorben! Hä? Episch! Was ist hier? Äh, Jugger-Knock oder? Das ist ja alles schwarz-weiß, Mann! Weg da! Das ist doch voll der Flair hier! PM-73! Wow! Da läuft einer! Oh, ich glaube ich brauche eine Waffe! Ja, ich wollte mir schnell nicht empfehlen! Fuck! Oh, what? Oh! Oh! Oh, sind das viele! Heilgeschissen! Ich bin hier aber... Okay! Okay, schön auf rein und jetzt... Tat, 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 tat! Tat! Was ist, bist du tot? Ich bin hier... Ja! Komme! Hä? Sieht doch gut aus! Ja, ich hab's überlebt! Du bist doch nicht umsonst der Strunzel! Hör dabei noch ein... Lauch! Mal schön auf den Kopf ziehen! Yes! Was ist das denn? Juggernaug! Wo ist denn hier, der Strunzel? Doch, immer weiter den Pfeil... Ah, doch! Was war das denn? Habe ich irgendwas bekommen? Wow! Auf einmal läuft er! Ach so, das ist, das ist der Letzte! Wenn die Zombies anfangen zu laufen... Oder wenn ein Zombie plötzlich anfangen... Ah! You can do it! Wollen wir jetzt hier oben verbarrikadieren oder so? Ja, eine Runde warten wir noch einmal... Na komm, dann stellen wir einfach hier oben hin und... Bauen wir da oben! Wieso nicht? Hm... Ich trau dieser Taktik nicht... Nein, das ist witzig gefährlich... Der Hamas in Vietnam hat das auch geholfen... Ach ja, du bist ja damals in Vietnam dabei gewesen, genau... Ach so, was ich bekomme, war, dass die Barrikaden wieder da sind... Äh... Gibt's Problems? Stirbt... Was heißt, stirbt? Halt nicht so, Schütteln. Kommt durch ein wenig näher! Oh, das ist eine Nuke! Wo? Oh, episch. Ah, ah, ah! Das war unnötig. Das stimmt. Er brennt. Ich bin der Rübe. Willst du über die Barrikade hüpfen und ihn rahten? Meine Waffe braucht Nachschub. Weg da. Keine Munition, keine Waffen. Jetzt beginnt der wahre Kampf. Euer endgültige Tod steht uns bevor. Was denn? URAAAA!!! Ich komm erst noch mal schnell Munition. Cool. Ist das nicht bald ne Hunde? Ach so ne Blitz, hier gibt's ja keine Hunde. Ne, hier gibt's Affen. Ja, hier gibt's meine Affen. Ich brauch trotzdem Munition, aber ich will keine Punkte dafür ausgeben. Fuck! Na ja, hab ich will! Todesschweine! Okay. WTF steh? Kann deiner... Deine Messer wieder stehen. Also we time for the ammunition. Komm mal. So. Geh weg da! Au! Lauf, hol, lauf! Don't hurt was so! Au, ficken! Boah, sind das viele. Sterbt! Au! Was hast du so gesagt? Heilige Scheiße! Jesus! Chasers! Oh, Toast! Ja, ich komm gleich, ich komm gleich. Sobald ich mich umfangen... WTF, da ist einer! Ich bin schneller! Weck da! Oh, was war das? Was zum Fick! Ah, da... WTF! Jetzt tatsächlich... Ich bin runter! Ja, sie hab ich ja... Tooooot! Ich komme! Ah! 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 Tooooot! Ja, Messer sie! Schnell! Ich bin dabei! Das war alles Nicolai's Schuld! Alter Scheiße! Geht's dir gut, mein Freund? Nur eine Flaschwunde! Hm... Ähm... Zum Strom! Du wärst... Auch ich! Wo lang? Wo lang? Warte hoch! Wow! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich bin bei dir! Ich bin bei dir! Wow! Oh! Oh! Weg da! Ah! Okay! Hey! Warte! Äh... Da! Schau! Hitler! What the fuck? Oh! Sind das viele? Holy shit! Granata! Ich kiel dich nicht schon wieder selbst! Ich habe mich nicht selbst getriebt, die haben mich nicht! Du reißt hier! Oh! Und der Zombies! Oh! 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 Hü-h-h-h-h! Na! Ha-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Haha! Na, ich habe Hitler gesehen! Vor echt Wut! Oh! Ah! Wie das in Farbe aussieht, sie! Okay! Vom unserer Nörd-Ehre zu retten, machen wir das jetzt einfach nochmal! What the fuck! Mach mal das brutal, man! Vielen Dank.